Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Und heute bin ich mal nicht allein. Mit dabei, man kennt ihn schon, Diesel ZB. Moin moin. Moin moin. So, mein Freund. Ich muss mein Auto zurückklauen. Auto zurückklauen? Ja, es wurde mal wieder von den Bullen beschlagnahmt. Und nach diesem schönen, fehlgeschlagenen Überfall auf die Tankstelle. Sprich, was heißt denn eigentlich fehlgeschlagen? Im Grunde ist er ja geglückt. Ich bin ja bloß von den Bullen erschossen worden. Gut, und wo hängst du jetzt rum? Da. Ja, ich bin auf dem Weg in die Stadt. Oh, so ein Bus-Clown damit mal rumgucken, das wäre auch mal eine Idee. Wisst was? Wow, wow, wow. Ganz ruhig, ganz ruhig, Auto. Komm, ist bescheid, raus mit dir. Ja, komm, lauf. Lauf, mein Freund. Komm, 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 komm. Ach komm, gehen wir nicht mal Chance. Fliegst du gerade, oder? Nö, ich fahre Bus. Fahrt quer über den Acker, oder was? Nö, auf der Straße. Du siehst mich am Kartenrand, kann das sein? Ich hab dich quer über den Acker fliegen sehen, bei mir auf der Karte. Okay. Okay. Das finde ich gerade schon ein bisschen interessant. Na, wie gesagt, ich muss jetzt erst mal mein Auto aus der Verwahrstelle rausholen. Und ich sehne mich ein, dafür, Geld zu zahlen. Die Bullen haben mich erschossen. Und somit kriege ich mein Auto kostenlos wieder. Ob die das wollen oder nicht, das ist mir egal. So, fahren sie mit uns. Wir fahren sie auch bis nach Frankfurt. So, nächster Pfad runter. Und schon, gibt es mal Gas hier vorne. Ist das eigentlich ein fairer Tausch? Ein Bus gegen ein Auto? Ja, wahr? Theoretisch könnte der Bus mehr wert sein. Gut, dann park ich mal den Bus. Aber nur theoretisch. Ah, ja, ist noch fast heile. Also, ich war da schon etwas vorsichtig mit. Ein paar Kratzer hat er, aber ansonsten ist er top. Und ein bisschen eingestoppt ist er. So, mal gucken, wo steht mein Autochin? Äh, wo haben die das denn jetzt geparkt? Ach, du Schande. Keinen Bullen zu sehen, naja. Versuchen wir mal unser Glück, wa? Komm, lauf, Forrest, lauf. Mensch, mach das Dorf. Ich will raus hier. Mach das Dorf! Ach, hier. Wieso spielst du denn eigentlich im Passivmodus? Passivmodus? Du bist bei mir im Passivmodus drin. Wow, 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 wow. Das wird so toll sein, weil ich gerade bei Lost Custom im Sonne bin. Ah, das kann sein, ja. Ja, mich hätte es halt gerade gewundert. Daher. Ach, verdammte Scheiße, wieder falsch gefahren. Äh, kommen wir hier hinten durch? Na, wenigstens können wir uns erstmal verstecken. So, da sind wir die Bullen auch los. Ups. So, dann gucken wir mal, wo der Diesel sich rumtreibt und ärgern ihn mal ein bisschen, wa? Danke. Ha, diese Komplimente, die ich heute wieder kriege hier im Spiel, einfach schön. Gut Morgen. So, dann bin ich dran, man. Wo bist du? Bist du schnell losgefahren? Ja, ich schaff grad das Auto weg. Ein Krummer? Ja, ich hab zufälligerweise das Richtige geklaut. Ach, Mensch, Junge! Lern fahren, echt. Äh, nee, das war ein Dominator. Pass auf beim Gas geben. Ja, hab ich schon gemerkt. Äh, spielst du grad mit dem Controller, oder? Äh, immer noch normal. Ich komme, ich komme um dich zu holen. Gib Gas! Halt, ich bin schnell in die Vray raus. Äh, verdammte Kocke. Oh, ja, nee, ist klar. Alles ganz in Plattformen. Nur nicht das Ding. So. Hm, hübschen Schwarz. Könnte mir auch gefallen. Hier vorne, hier vorne in die 3 rein. In die 3 Muster. Genau. Ah, weiter, komm. 5.000. Wie viel? Wie viel? Ich hab's mal kaputt gemacht. Verdammt. Zu langsam. Warte, 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 das haben wir gleich. Ähm, na ja, wie gesagt, ich hab's so aus dem Bullenrevier rausgeholt, ne? Und dann war ich auf dem Weg zu dir. Und zack, Plattwahrer. Rückwärtsgang und nochmal Gas. Das macht dir so viel Spaß. Willst du einen Betonmischer? Ich hab gerade genug. Ich bin mit meiner Karre ganz zufrieden. So, dann würde ich aber mal sagen, weil ich selber keine Mission starten kann, Bucha, was machst du denn da? Dass du mal eine Mission für uns aussuchst, die wir dann zusammen machen können. Was hältst du davon? Kann man halten wie Dachdecker. Wenn du die einen kannst ankuppeln. Die scheinen nicht zu gehen, irgendwie. Nee, die sind doch zu tief da, ja. Bei den meisten sind sie ein bisschen höher und die stehen selten rum. Hätt dir mal ein glücklicher, dummer Zufall sein können. Ja, stimmt auch wieder. Hüppi, wie flingeschöner. Wow! Naja, Schranke ist weg, so boah, ich will jetzt nicht mehr anhalten. Nee doch nicht, die steht ja doch noch. Wolltest du gerade wieder runtergehen, so wie ich kam? Bin ja auch mehr oder weniger drüber geflogen. So, wie sieht's denn hier aus? Aber die sind bestimmt auch zu tief. Nee, die müssten gehen. Nicht aussteigen. Ja, aber die gehen auch nicht. Okay, und die meisten müssten die eigentlich. Da steht noch ein LKW. Ja gut, komm, bisschen LKW-Action hier heute mal machen. Weil ich gerade überlege, ob die LKW nicht sogar flacher ist. Ja, ich glaube nicht. Nee, das sieht gleich hoch aus. Oh, schau mal mal. Ja, schau mal mal. Hast du dich gleich gefahren? So, auf Docks oder Nordport? Ja, suchst du dir aus. Ich brauche eine andere Ansicht, so viel besser. Wow! Da hast du ja gleich schön gerutscht. Mensch, du fährst ja schon wieder wie im echten Leben. Alter, der Ding hat eine Bremse, das geht ja gar nicht. Mensch, Omi, komm mal hin hier. Sonst bist du platt. So, irgendwie? Da wollen die hingehen alle nicht, wa? Ne, um... Ja, ich glaube die weißen gingen sowieso nicht, wenn dann waren es bloß die Benzindinger. Ja. Aber ob wir die finden werden hier drinnen. Also wie gesagt, ganz im Norden auf jeden Fall stehen Hänger, die du ankuppeln kannst. Das habe ich schon mal gemacht. Aber hier unten wisse ich es halt nicht. Ey, da fällt halt das Ding eine Bremse. Ja, das ist doch voll. Naja, ist aber fast wie echt, ne? So, wo ist er hin? Also hier ist ein Benzinhänger, aber ich frag mich, wie man den so hinstehen könnte. Ich führe aber ein Profi. Geht aber auch nicht. Äh... Verstehst du das Problem, ja? Ich habe ein anderes Problem, ich sitze fest, komm mich mal mit ein Schiemen. Fest. Ich hink fest, ich bin aufgesetzt. Jupp, danke. Bitte. Aber die Hänger stehen ja alle so genial. Irgendwie. So, egal. Komm. Lass uns mal ein bisschen Mist machen hier. So, komm ich eigentlich schon in den Flughafen rein? Eigentlich ja, ne? Sollte gehen können. Gut. Komm, ich bin das dickere Auto, mach die Straße frei. Ja komm, Zug fahr schneller. Ich bin auch noch hoch. Meine Bremsen muss ich doch nicht mal öhlen, die quietschen. Das sind nicht nur deine Bremsen. Hahaha. So, dann haben wir gleich nochmal den ganzen Zug überholt. Ah, ich hoffe ich verfall mich jetzt nicht. Ja ne, ist klar. Blablablub. Boah. Hoffentlich krieg ich jetzt auch den Sprung hin. Boah. 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 ein Heli. Aber ein Tankanhänger. Ach, schade, ist auch statisch. So, tja, kein Heli, kein Flugzeug. Was mache ich jetzt? Bin auf dem Weg. Hier steht echt mal gar nichts. Das finde ich gerade schon ein bisschen krank, das nicht auszudrücken. Nee, geht auch nicht. Wow! Was hast du jetzt gemacht? Posten geknutscht. Oh, vielleicht bist du schon wieder fremd, ja? Ja. Mann, 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 was machst du denn? Ups, nee, geht auch nicht. Ach, na der ist ja noch hübscher. Danke. Nehmen wir. Verdammt. Was ist nur los? Soll ich die Bullen am Marsch? Muuuch, echt jetzt? Ja. Was ist du denn? Und ich bin auf dem Weg zu dir. Du könntest mich vielleicht schon sehen auf der Karte. Ich hab mal die Tore aufgemacht, du kannst hier direkt reinfahren. Tore aufgemacht? Ja. Nicht gut. Ich hab trotzdem die Bullen vor der Nase. Ja, hier steht auch einer. Also, wie gesagt, du kannst hier rein von dem Flughafen, wo ich stehe. Das rechte Tor von deiner Seite ausgesehen. Rechte Tor. Also, rechte Fahrspur. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Und zu flach ist ein Heli da. Das finde ich doch herrlich. So muss das sein. Scheiß, ich zucker mal auf den LK-Watsch. ich finde den lkw erst mal genial ich bin ein paar stimmen hier und das auf das die umkippst heißt das warten oder ich starte durch ich starte durch drehen wir noch eine runde ich hätte sie jetzt auch abgeschossen so erstmal in Ansicht gehen, das kriegt sie so besser na komm zeig dich da hinten da bist du immer noch gejagt oder? bitte was? soll ich dich ein bisschen ärgern? äh nein warum denn nicht? ach ja gut wenn euch die folge gefallen hat ihr wisst bescheid dann lasst einen Daumen nach oben da und wenn nicht Daumen nach unten und dann hoffe ich doch wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin sagen wir adieu macht's gut ich komme ich komme ich komme und 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 tschüss